yo willkommen auf einem neuen video auf meinem pascalation kanal diesmal zu den unboxing video vom ferro 47 47 heißt das ding hier ist die box sorry dass das heute kommt ich hatte probleme mit amazon mal wieder scheiß drauf jetzt die box da jetzt mache ich das unboxing video ich hoffe ein paar leute haben trotzdem noch bock auf das video ja ich würde sagen wir gucken uns einfach mal gleich die box was drin ist ja beginnen wir einfach mal direkt mit dem unboxing video einfach schwarz dann mit diesen goldenen und es sieht schon cool aus ferro 47 erstes album ja streamt es kaputt stürmt in die lehnen leute damit er fürs nächste album dann noch krasser abliefern kann auch mit videos und so jetzt haben wir erstmal die autogrammkarte vom ferro 47 dann haben wir hier ein poster hier haben wir den chill einmal hier das obere zack und hier das album cover dann haben wir natürlich noch sticker von den videos die er gedreht hat zum album sieht es euch rein und dann haben wir hier das herz stück das album war hier das album cover du hast 14 tracks wenn ich mich nicht vertue sind jaja kennt man schau mich an poeto rico kennt man nennene kennen man die soli und da sind sechs tracks von vierzehn hier könnt ihr nur die tracklist ab checken leute keine features drauf 100 prozent vierower 47 finde ich beim ersten album auch richtig den soll sich um vier oben gehen und nicht um zehn feature songs und dann kommen wir natürlich noch nach dem nach der cd zum highlight der box den inhalt vor dem angekündigt hat also da ich mich übertrieben gefreut und war gespannt wie es wohl aussieht und hier habt ihr das ding jeder ferro 47 fan der seit tage ans dabei ist jetzt mit seinem ersten album hat eine eigene goldplatte von ferro 47 dann steht hier unten noch so gold award verliehen an die 47 army dank für den support kann sich hier noch mal zeigen vielleicht kann uns auch lesen ist geil und so eine so ein award award wird nur jemand haben der wirklich seit den ersten album dabei ist und das schon geil und ferro ist ja mit diesem jahr ja dann auch gold gegangen das einfach als kleines dankeschön und so mäßig ist schon geil feierlich übertrieben echt ja was gibt es sonst noch zu sagen pusht das album streamt ferro 47 gönnt den jungen künstler ich bin gespannt wie er chartet kollega ist ja auch in der woche unboxing video von kollega könnt ihr auch auf meinen kanal abchecken ja dann wollte ich noch eine sache loswerden und zwar freitag kommen ja eigentlich das bushido album ccn4 und nemo original raus es kommen box videos freitag wenn sie rechtzeitig ankommen wenn sie freitag nicht ankommen dann wird es richtig lange dauern bis ihr das box video auch zumindest auf meinen kanal zu sehen kriegt weil ich dann erst mal nur in urlaub fahre samstag morgen und ich komme sonntag wieder erst und sonntag wird es auch nicht kommen weil ich die boxen dann noch nicht von der post holen kann das heißt frühestens der montag danach also drückt mir die daumen dass die boxen freitag kommt ich hoffe es habe übel bock auf ccn4 und dann haben wir ja auch noch ein nemo album was kommt ja was gibt es sonst noch zu sagen zu diesem jahr danke für den support noch mal an der stelle und dann gibt es ende dezember anfang januar natürlich noch den jahresrückblick und sonst schreibt mir wie ihr die box fandet wie ihr das album fandet like disliked abonniert ihr wisst schon bescheid ich bin raus leute peace